hallo zurück ja hallo bojo wie ihr sehen könnt rasch ob reich operation metro und ich lade und ich bin fertig mit laden ich lade und ich warte und ich warte und ich warte und ich habe natürlich ich lade und ich lade ja das heißt wie sie drauf auf welcher war für P90 um war und wie sie um das ist das erlaubt ja ich weiß ich bin in den Todesgang reingelaufen läuft man nicht rein du willst doch nicht noch mal rein oder ich weiß was ich mache ich bin squad leader übrigens warte fokussiere ich mal hallo ja gleich das einsatz ziel an hier jetzt warten die rechts 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 da war gerade eine granate oben in den gang einschmeißen naja wo ist der da kann ja Kopf runter granate runter granate ich hab keinen ein aber weg jemand getroffen die sind noch ein schön weiter vorgegangen wird einmal zu b vor ich folge dir ein ist tot die vier achtung da ist er noch blenden 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 ich denke links hoffentlich geht jetzt die holz kaputt gott der mit erschreckt okay jetzt kommt clay 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 leider ist tot waren wir gut ecken Da hat er mir gerade schon einen mitgegeben Kannst du A-Mark hier? Bin dabei Da ist einer Will ich mich wieder? Ich hab da eigentlich Befehl drauf gemacht Egal Bin schon wieder tot Ah, ich hab's blockiert Will ich wieder? Hab ich dich wiederbelebt? Nein Hä, wo bist du? Ah, ich bist geklaut Ja Ich hab zwei wiederbelebt Das war's nicht du Ich wurde wieder verlebt Warte, jetzt sind wir hier drin eingesperrt oder was? Ja Ah ne, die tun wir einfach weggegen Wir gehen weiter Jungs, los doch Die Rolltreppen Los, vorwärts Oh, falsche Richtung A oder B Äh A Ich sag einfach mal A Oh, bin ich schlecht Gut, dass du das auch reingesehen hast Flanate! Mh Den hat's voll umgehauen Natürlich, dieser Bum 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 Der wird gar nicht abgeschossen Hab den JMG, es ist einfach ein Mensch Okay Wer ist denn du bei A? Ah, haha Oh fuck, bei B sind sie alle Noch mal hier Ich Komm nicht hin Ah, Angriffsbefehl Das ist immer so geil Oder auch Verteidigungsbefehl Man muss einfach die Leute an der Fahne töten Und alle Sein ganzes Quart kriegt Punkte Komm, 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 komm Geht mir Und verstecken, verstecken Boah, da ist ja noch eine Scheibe Nein, da kommt einer Oh, das sind drei Ich spawne gleich bei dir Komm schon Da hinten laufen sie Hä? Wow Ah, fuck Kann ich bei dir spawren? Kannst du Oh man Gib auf mich Boah, da hinten stehen sie alle Puh Ja, wir pläten Achtung Die Ladung wurde gesetzt Over Achtung Meine Einsatzziele Hol dir das nur nicht gesetzt Over Holy shit Oh, da darf ich noch gar nicht hin Komm wieder zurück Sofort Komm schon Komm schon Mach weiter Achtung Achtung Es geht weiter Weiter Auf zu A B ist schwer Leichter für die Gegner zu verteidigen Also sie attackieren wie A Echt? Das stimmt Ja, jetzt machen wir Häuser Komm Achtung Wir haben die Ladung Passiert Over Da habe ich natürlich Nicht gerade die beste Waffe Oh Gott Und B Hi, da haben wir gewonnen Oh, hier ist noch eine Scheibe drin Ich hasse, dass er nicht dann gegen Scheibenlaufe Oh, Granate Scheiße Da sitzt einer im Gebüsch neben dir Mit mir Ja, der hat die Stadtzimmer doch so Müll einmacht Ja, ja, doch, da hat es Stand einer Okay Okay Schnell Lär ich jetzt weiter Schnell runter Runter Und tschüss Ciao